Jo Freunde und willkommen zu einem neuen Video Von House of Protein ist mal wieder ein neues Packing gekommen Und das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch öffnen Oh das riecht mega gut So einmal von GOT7 die Sour Cream & Onion Probieren Chips Also die Chips hatte ich schon oft Aber noch nicht in der Geschmacksrichtung Wollte ich mal ausprobieren Dann im Geschmack Hot BBQ Hatt ich auch noch nicht, muss ich auch mal ausprobieren Dann habe ich mir einmal die Guarana Giga Caps gekauft Bin ich mal gespannt, ist ähnlich wie Koffein Nur ist die Wirkung ein bisschen nachhaltiger und kommt auch Etwas später als das Koffein Dann habe ich mir noch L-Carnitin bestellt Ich bin jetzt wieder in der Diät Das werde ich jetzt supplementieren Dann neuen Vitamin Steak Da nehme ich jeden Tag eine Weil ich nicht so viel Obst und Gemüse esse Was ich ganz ehrlich zugeben Dann habe ich mir die Scott7 Chips im Paprika Geschmack noch cool Die finde ich richtig gut Die hatte ich auch schon oft Und dann habe ich noch einmal Flake Drops im Geschmack Blueberry Muffin Das ist auch das, was hier so richtig geil schmeckt Die werde ich heute Abend direkt beim Magerqualk ausprobieren Und im Geschmack Ich weiß es gerade mal Peanut Chocolate Bar Ah, da ist noch was Okay, habe ich übersehen Okay, noch Ja, also Die hier im Peanut Chocolate Bar Geschmack Ich dachte, das war jetzt schon Deswegen alles noch zwei was drin Ich habe mich schon gefragt Hey, da fehlt doch noch was Ja, dann habe ich noch einmal Omega 3 Diesmal von Biotech Ist ein bisschen günstiger Wie von ESN Und ESN war glaube ich ausverkauft Und AKG Das sind glaube ich Wie viele Tabletten sind da drin? 90 Stück oder so Ne, 100 Und die sind für den Pump Da werde ich jetzt jedes Training Oder fast jedes Training Ein oder zwei Stück nehmen Wenn ich mal müde bin Werde ich auch eine Guarana Cap ausprobieren Aber ich habe zur Zeit Bisschen den Eken von dem Pulver Vom Booster Deswegen habe ich mir gedacht Probierst du mal die Kapseln aus Ich gehe jetzt gleich ins Chest Training Werde mir gleich mal Guarana Caps Und AKG reinballern Vielleicht auch L-Karnitim Leute, checkt auf jeden Fall mal House of Protein an Großen Dank an euch Wenn ihr über meinen Link bestellt Dann könnt ihr mich unterstützen Dann bekomme ich ein bisschen Provision Und wenn ihr 7 und 10 eingibt Dann könnt ihr selbst noch 10% sparen Wenn ihr irgendwas braucht Eiweißpulver, Kreatin Oder irgendwelche Chips mal ausprobieren wollt Könnt ihr die auf jeden Fall über meinen Link bestellen Da würde ich mich mega freuen, ehrlich Ja, falls dir das Video gefallen hat Würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen Über den Abo und den Kommentar natürlich auch Ja und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend Einen schönen Tag Oder was auch immer du das Video gerade schaust Haut rein Freunde Peace Ciao Na klar